Guten Morgen, bin ein paar mal aufgewacht, aber super geschlagen, oh echt. So, und jetzt wird's zusammengepackt und alles und dann geht's weiter, du bist besser. So, wenn Sie schauen möchten, sieht aus wie der Hema, oder? So, jetzt wird's zusammengepackt, dann wird, machen wir dann, nein, rochen gemütlich, was essen. Und dann geht's heute nach Nordheim, irgendwann, weil Halla muss ich da sein. Genau, da hab ich jetzt mal heute echt übel Zeit, vielleicht wie gesagt noch mal eine See halten, oder sowas. Mal jucken, mal jucken. Da ist die Sonne, tadaaa. Komm ich nicht drum rum, kleines Pony, wartet. Ah, könnt ihr's hören? Noch kleinere Ponys. Shetland Ponys. Geil. Echt? So, und was geht's nun bei dir? Nicht weiter, was? Gras ist ein bisschen mau. So, naja, wir quatschen gerade eine Runde. Hey? Oh Gott, da kommt das andere angetrabt. Fast jetzt guckt's erstmal. Hey du? Kleiner Mann? Frau? Was auch immer? Also irgendjemand hat sich da verflogen. Was ist das? Ich hab jetzt mal eine kleine Donnerpause gemacht. Wollte eigentlich gar nicht viel was Rater trinken. Ist aber doch ein Donner draus geworden. Und eine Energie trinken, aber schon mit irgendeinem Quatsch, der auch so auf Tour ist. Aber es ist eine Tagesfahrtmacht so. Aber auch schon ganz viel selber gemacht. Das ist eine Stunde Pause geworden. Aber das ist schon zu viel, glaube ich. So, ja dann 40 Kilometer nach und dann U fährt er. Und dann bin ich da. Bis nachher. Was der mir auch erzählt, der Typ. Ich bin ja geografisch noch nicht so klug. Ich bin schon im Westen. Er hat den Osten verlassen irgendwann. Oh my gosh. Also ich bin jetzt direkt Herzberg im Harz. Oder am Harz. Nee, Herzberg im Harz hieß das. Wunderhübsch hier. Kann man nicht sagen. Guten Tag. Hab zwar jetzt schon die Hälfte heute hinter mir. Und mit der Cam hier kaum gefühlt. Ich dachte, wir jetzt können wir mal kurz gucken. Also ich bin jetzt knapp vor dem höchsten Punkt der ganzen Tour. Ah, ich hab's okay Bock grad zu fahren, ey. Einfach schön schiebeli. Und fertig. Hübsch, wa? Vielleicht film ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Mal gucken. Geh, ne Ahnung. Bis später. So, die höchste Etappe ist geschafft. Oh, so eine Drecksau, ey. Das war jetzt ganz schön zum Schieben. Äh. Und jetzt soll das nur noch bergab gehen. Einwandfrei. Check. So. Der GoPro geht nicht. Die ist leer. Machen wir mal hier schön. Ach, die Aussicht bitte. Herrlich. Kommt gar nicht so schön rum auf dem Handy. Naja. Scheiße, hier ist grad einer von der Straße abgekommen. So einen kleinen Hang runter. Da ist der Typ umgedreht. Also da ist er auf dem Radweg gefahren. Dann ist er wieder hoch den Hügel und dann von der Straße weiter lang. Äh. Bitte. Ich wundere mich schon, warum so übel Stau ist. Weil die Leute, oder ich die alle überhole. Das ist der Grund. Drei solche Waren. Die sind mir vorhin. Ich weiß nicht, dass die selten sind. Weil die kamen mir vorhin entgegen oder sind vorbei gefahren als ich dünner gegessen hab. Ich glaub, das sind die, die am Renten hoch sind und drauf stellen. So einen Quatsch. Ja, das sind die. Äh. Geil. Tadaa. Rente. Da steht's. Kommt ihr sehen. Ich weiss es nicht. Theo praktisch. Bin ich in Nordheim. Nordheim. Oder Nordheim. Äh. Eigentlich suche ich jetzt nur noch einen Campingplatz. Und dann bin ich da. Ich melde mich später. Tudel. Von da unten komm ich. Und da muss ich noch hoch. Echt. Der letzte Kilometer vom Camping. Heieiei. Geil. Gutes Nestle. Tudel. Mhh. Zu Hause.